Ich geh nicht weg! Evie, warte! Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir die Versorgung, wie viel Ellen du zurückbekommst. Der eine robbt sich noch. Hm? Ach du Weidiger. Jetzt brennt's. Oha. Geh! Doe! Schon beschwarten, bis.. Was? Äh! Oh, drei. Nicht zwei. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Oh Gott. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Okay. Ich stelle mal Heidrinker her. Oh, drei. Oh, drei. Da ist sowieso noch ein Kraut. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Ja, komm mal. Einfach Einfach sparen, Junge Woher müssen wir denn? Hey Okay, dem Ding ist hinterher Er hieß sie nicht mehr Oh Ich glaube, der war nicht gleich Jede Wette Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen Gut, dass ich schon sterbe Sag sowas nicht Dir vertraut sie Das kleine Miststück Nie hat sie Okay, warte Evie, nein Evie Ich habe sie zu gemeint Sie versucht die Kontrolle zu Aber wenn du musst sie bekämpfen Evelyn, stopp Ja, nein Was ist die denn? Was ist die denn? Was ist die denn? ist die vergangenheit von wie es ausgebrochen ist jetzt haben wir das auch unser körper jetzt übertragen wir es einfach auf das haus oder was die ist der erreger und nein das ist das video du hattest recht ich hab dich angelogen das war falsch aber ich will dir nur eins sagen wenn dich dies erreicht such mich nicht vergiss dass du mich je kanntest hab ein gutes leben was ich hab mir ein bisschen schnell dreien wir werden für immer zusammen sein was ach du heilige was passiert denn hier kommen die ganze leute her wer ist das bisschen wie das ist das mir hey ich verstehe gar nichts erinnerst du dich jetzt ja ich erinnere mich können wir eine familie sein wie vorher nein wie wir können keine familie sein das ist eine familie wir werden das nie sein eine familie dann brauche ich dich nicht mehr ja gut ich würde sagen wir machen das am nächsten mal weiter ach weißt du wo wir sind jetzt weiß ich oh gott jemand hat die Inhalte mitgenommen wo ist der Laptop da er ist wohl kaputt ich kann ja nicht aufhören ich kann ja nicht aufhören Maschinen bist du ich kann ja nicht aufhören Oh Gott. Okay. 1. 2. Da wo wir gerade waren. Da ist der Fahrstuhl. Wo wir hochgeklettert sind. Ethan. Ethan. Kamera 5. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist dick. Voll mit Scheiße. Oh. Alter. Hör auf, Evelyn. Boah, ich bin ja gerade erschrocken. Verdammte Halluzination. Der hat es aber in Handabdruck. Wer ist sie? Das ist so spannend. Die können Munition herstellen. Das stimmt schon. Wollen wir auch. Das sind aber 20 Munitionen mehr. Ja. Ich weiß nicht wo ich gerade bin. Das ist aber also das hier groß. Die kann man mitnehmen. ne? Scheiße. Wir können. Boah, das ist Asi. Das man abschießen muss. Das ist Asi. Okay. Ein Krautari. Ein Fahrstuhl. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Kapitänz. Was ist das denn? Das ist ein Maschinengewehr. Kattelschiffs. Und Kreuzschlüsse. Kreuzschlüsse? Okay. Ich nehme die Trischschabe. Ich nehme die Trischschabe. Ich nehme die Trischschabe. Das ist auch noch was. Ne? Okay. Heu, was weinig zu sehen. Außer Nicht stark Kann man damit das Ding öffnen? Speicher hier und dann machen wir einen Cut Bis dann, ciao Hallo Und das geht wieder weiter mit einer neuen Runde zu Resident Evil 7 Noch 7 Weil Village Dauert aber noch lang Hä? Sag mal, war ich hier noch nicht? Ich hab doch hier alles mitgenommen Warte mal, ich guck Hoppla Ich guck hier nochmal Aber wir müssen Äh, wo müssen wir denn lang? Die Tür raus? Ach Äh, b-b-b-b-ja Geht das? Nicht Komm mir denn da durch Ich brauche ein Ätzenmittel Warte mal, aah Geht auch nicht Verdammt 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 Äh, wir haben ein Fernsehen dann, ne? Luis, die Kabel ist komplett durchgerutscht Oh, Господammt Und da war ich hier im Stich Die Tür rausgelegt Wie geht ab, ich kann hier Ipsen Mit Aber ich kann hier Ich versuch mal was. Oh! Aua! Ich versuch mal was. Da kommt das Drecksfeer auch. Oh, da ist ja noch eins. Hallo. Eine Waffe. Ja ist gut, guck da nicht deine Hand an. Junge, war die schwer vom KP. Alter, war die schwer vom KP. Die waren wir da überall schon, oder? Warte mal. Ne, wir haben keine Dinge, wo man sieht, wo was ist. Auf die habe ich gar keinen Bock. Geht's denn hier lang? Ja toll. Bringt viel. Wo ist der scheiß Fahrstuhl? Hey. 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 Ich glaub wir müssen hier lang. Oh. Ich hab mein Messer. Kommt ein bisschen spät. Ich hab keine Arme. Keine Arme, keine Beine. Okay. Die waren wir. Ich glaub ich noch gar nicht. Ach ja. Ja, 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 ja. Also wir waren da. Ätzmittel. Wo braucht man das nochmal? Okay. Das kennen wir auch. Aber. Oh. Puste ohne Munition. Jetzt haben die was. Äh. Die haben mir nichts dagelassen. Unfassbar. Äh. Okay. Also wir kommen in Gefilde. Da war er schon. Schatten. Da gehen wir gleich hin. Hä. Ist ja alles clean. Wird das? Oh. Hier müssen wir hin, ne? Kraut wächst durch die... Wächst durch den Sofa? Klar. lässt sich nicht öffnen warte mal zum reizeln muss ich richtig rum aufhängen also die beiden wären bei denen ist ein bisschen schwer was richtig rum ist und was falsch rum ätzmittel schmerzene Auf den Kopf mal zu bewegen. Reich ich mir gleich. Oh wei. Wie sieht es hier denn jetzt aus? Das Geschmatz ist echt abartig. Oh. Okay, Maschinengewehr brauchen wir ja noch. Aber es gab es doch in dem... Ja. Ah ne, brauchen wir Dietrich hier, ne? Warte mal. Ah ja. Oh, das ist gespeichert, dass es offen war. Hey. Das war aber... Hey. Das war aber nicht da. Oh. So, warte. Keine Würmer. Dietrich! Und... Natürlich müssen wir den Knaben von Weitem treffen. Herr Brott. Schon leider. Wo ist der Besuch? Boah. 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 Ja, 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 ja. Oh. Oh. herstellen das bräuchten aufbauen wo ich die ausseite schießpulte wieder kann man noch mal herstellen da ist chaos vor allem wir haben da alles beseitigt das nicht gespeichert aber hier haben wir genügend gemacht schlüsse für kapitänskabine das ist das nicht die waffe oder bombe mit fernzünder sollten mal einer das problem ist die kanzel schwerfen das ist immer einmal umrundeten wo das treten aus genau das ist auch gruselig aus was sagt hier ihr könnt ihr noch mal speichern machte macht sinn oder sicher ist sicher ganz klar so ist alles abgeräumt sag mal wo müssen wir denn hin hoch oder runter wir kommen von warte mal ach das kommt gegen guck mal Die kommen von hier, ok Warte mal Wo war das denn noch? Hier, hier war die andere Waffe, ne? Wo war nochmal der Schrank, äh, Kapitänz, warte mal Äh, Koyen Waschraum Da ist die Kapitänz, ganz oben Oh, heute nicht Ah, wir hatten doch hier irgendwo Ne Tür Wo war das denn noch? Was ist da, Electric Man? Ich kann mich auch, ah, hier Genau Oh, Stein ist mehr Objekte tragen Und jetzt bitte können wir wieder Ist hier wettgemacht Boah, ich will die Maschinengewehr Wir kriegen noch Milition davon, aber irgendwie Oh, wir haben hier 10 Bomben mit Fernsehnder Die haben es aber hier echt nicht gespart So, dann geht's wieder hoch So, 2F Da waren wir Gerade Und jetzt 3F Das gibt noch wo Weiß aber nicht Ach, 3F war Gar nichts, ne? Ach, das war hier, okay Warte mal, warte mal, warte mal Da ist ja auch so eine Adztür Wait Ah ja, und die Box kann ich öffnen Wir haben die Dietrich Ich höre dahinter So ein Monster Und Oh, Anticum Weiß du, so eine dicke Box Ah, in der Anticum ist dann Oh, ah, ja Alter Schwede Das ist doch Das ist doch springender Hai, oder was? Wie geht's denn hier dann?